Musik Willkommen liebe Zuschauer zu einer neuen Ausgabe unseres Seniorenmagazins Mitten im Leben. Mein Name ist Wieland Wagner und ich werde Sie durch die Sendung begleiten. Wir sind heute zu Gast in der Volkshochschule Sächsische Schweiz aus Erzgebirge. Mehr dazu gleich. Und damit zu unserem ersten Thema, liebe Zuschauer. Im Mittelpunkt steht das Ehrenamt. Die Stadt Pirna möchte auch im kommenden Jahr besonderes Engagement würdigen. Gesucht werden Menschen wie Manfred Ritschel. In diesen Tagen hat Manfred Ritschel alle Hände voll zu tun. Die Saison beim Pirna Ruderverein geht zu Ende. Boote und Ausrüstung müssen winterfest gemacht werden. Die Motoren sind Manfred Ritschels große Leidenschaft. Seit vielen Jahren schon kümmert er sich um die Drei- und Viertakter. Sehr zur Freude der vielen Vereinsmitglieder. Also gerade ich als Trainer bin sehr froh, wenn ich das Motorboot einfach nutzen kann. Wenn ich komme, die Kinder stehen vor dem Haus, ich steige ins Motorboot und ich weiß, es funktioniert. Das ist schon sehr beruhigend, dass ich da nie noch anfangen muss, selber mich darum zu kümmern, was ja nun als Frau jetzt auch nicht so mein Metier ist mit Motoren. Und da weiß ich auch ganz sicher, was der Manfred dort in die Hand nimmt, das funktioniert. Wenn doch mal was sein sollte, Anruf und dann kommt da Manfred auch sofort und repariert das. Manfred Ritschel ist 76 Jahre jung. Fast sein ganzes Leben ist er eng verbunden mit dem Pirna Ruderverein. Bei der Pflege und Wartung der Motorboote vertraut ein ganzer Club seinem Wissen. Man steigert sich rein und interessiert. Ich hatte auch Fachbücher und zu DDR-Zeiten, da hatten wir ja die russischen Motoren hier, Neptun und Moskwa. Da hat sogar manchmal die Frauen müssen mithelfen. Gerade wenn hier Wasser- und Wendegetriebe war, da muss der ganze Schaft abgemacht werden. Und da muss anschließend die Kielrohre wieder eingefädelt werden. Da sind Schläuche dazwischen gewesen und alles, das könnte man alleine gar nicht machen. Das habe ich mitunter zu Hause gemacht. Mitunter vorher, die musste dann mit einfädeln. Heute sind die Motoren leichter zu pflegen, doch genügend zu tun gibt es immer noch. Manfred Ritschel feiert im kommenden März 60 Jahre Vereinszugehörigkeit. Das schaffen wohl nur die wenigsten. Wenn ich was mache, da ist das schon immer meine Devise gewesen. Entweder ich mache das richtig oder ich mache es gar nicht. Also die zwei Möglichkeiten gibt es bloß. Halbe Sachen, das liebe ich absolut nicht. Technikwart, ehemaliger Übungsleiter und bis heute noch ein leidenschaftlicher Ruderer. Wann immer es geht, ist Manfred Ritschel sportlich aktiv. Zweimal in der Woche schnappt er sich ein Boot, meist den Leichtgewicht einer. Ich trainiere noch richtig hier. Wir machen mitunter hier mal so 1000 Meter mal Strecke fahren oder mehrmals 100 Schläge hier, wenn wir so rudern im Doppelzweiger oder im 1er M mache ich das auch. Und man muss sich ja im Fit halten und es geht. Also ich bin froh, dass es noch geht, muss man mal so sagen. Manfred Ritschels Einsatz wird von vielen geschätzt. Im Januar wurde der Kropitzer mit dem Ehrenamtspreis der Stadt Pirna ausgezeichnet. So viel Tamtam ist eigentlich nicht sein Ding. Und dennoch fühlte sich Manfred Ritschel geschmeichelt. Gefreut habe ich mich und es ist eben eine Ehre, Anerkennung. Engagierte Menschen wie Manfred Ritschel werden gesucht. Noch bis zum 15. November nimmt die Stadtverwaltung Vorschläge für den Ehrenamtspreis 2017 entgegen. Manfred Ritschel hat unterdessen ganz andere Ziele. Im Winter möchte er wieder auf den Brettern stehen. Skifahren, natürlich Alpin, im Erzgebirge und vielleicht auch in den Alpen. Zurück zur Volkshochschule, liebe Zuschauer. Bei mir ist jetzt der Leiter der Einrichtung, André Klapper. Herr Klapper, als Chef des Hauses kennen Sie ja das Programm Ihrer Einrichtung aus dem FF. Welche Angebote unterbreitet die Volkshochschule speziell den Senioren, den älteren Menschen? Ja, den Begriff Senioren mögen wir nicht so richtig, weil doch jeder eine andere Auffassung davon hat, ab wann man dazugehört. Unsere Kurse sind in der Regel für alle Menschen geeignet. Und natürlich gibt es spezielle Zeiten oder Themen, die besonders ältere Menschen ansprechen, wo sie sich dann zusammenfinden. Vielleicht nennen Sie ein paar Beispiele? Die Sport- und Sprachkurse in den Vormittagsstunden wären da gute Beispiele. Dort werden dann auch die Übungen oder das Lerntempo der Krumm-Zusammensetzung angepasst. In den Abendstunden haben wir auch sehr viele altersgemischte Kurse. Ein Altersunterschied von 40 Jahren ist da keine Seltenheit. Die älteren Menschen empfinden das als Bereicherung und das hält sie jung. Was nun ist das Besondere an einem Kurs für ältere Menschen? Mit zunehmendem Alter kommt zu dem Wissenserwerb, zu dem Wunsch des Lernens auch der Aspekt der sozialen Gemeinschaft drückt da mehr an den Mittelpunkt. Viele Kurse sind über viele Jahre schon zusammen und da lernt man sich kennen. Es entstehen Freundschaften, es werden Geburtstage gemeinsam gefeiert oder andere Aktivitäten unternommen. Und das ist besonders für ältere Menschen ein ganz wichtiger Aspekt, wie wir feststellen konnten. Vielen Dank Herr Klapper für den Moment und wir liebe Zuschauer gehen zunächst an eine kurze Pause. Beim Pirna Möbelhandel gibt es Küchen nach Rezept. Und das Beste? Wenn Sie jetzt eine Küche kaufen, zahlen Sie nur den halben Preis. Doch damit nicht genug. Die Beleuchtung gibt es auch noch gratis dazu. Exklusive Einrichtungen, die bezahlbar sind. Das finden Sie nur beim Pirna Möbelhandel auf der Rottwerndorfer Straße 43. Mit Juniorreisen kommen Sie immer bequem und sicher ans Ziel. Ob Tagesausflug, Sonntagsfahrt oder Meertagesfahrt. Mit uns sind Sie auf der sicheren Seite und stets bestens versorgt. Juniorreisen, das ganz besondere Reisebüro, spezialisiert auf Senioren. Und wohin geht Ihre nächste Fahrt? Informieren Sie sich im aktuellen Katalog oder direkt im Reisebüro auf der Schössergasse 4 in Pirna. Neulich im Supermarkt. Ich hole mir noch was zum Mittag. Tschüss. 324 bitte. Oh, jetzt habe ich ja gar keine Piepen dabei. Na, dann nehmen Sie doch Ihr Smartphone. Stimmt, ja. Danke. Ab sofort Bargeld losbezahlen mit BlueCode. Erhältlich für iOS und Android. Willkommen zurück, liebe Zuschauer. Computerkurse stehen hier in Pirna hoch im Kurs. Auch und gerade bei älteren Menschen. Bei mir ist Anne Mettig. Frau Mettig, wie schafft es die Volkshochschule, stets die aktuellen Trends zu folgen? Stets up to date zu bleiben? Ja, also up to date kann auf jeden Fall jeder bleiben. Wir beziehen die aktuellen Trends mit in unser Kursangebot ein. Und neueste Innovationen, hier beispielsweise im Computerbereich, passen wir den Kursangebot an. Zurzeit beispielsweise haben wir viele Smartphone- und Tablet-PC-Bedienkurse. Aber auch Fit am PC läuft sehr gut. Wir haben auch Kurse zur Bildbearbeitung mit der bekannten CW-Software. Oder auch Kurse zum Online-Banking, wo also jeder Teilnehmer sich in dem Bereich fit machen kann. Das kann also jeder bei Ihnen hier an der Volkshochschule up to date bleiben. Nun beobachtet man gerade bei älteren Menschen eine gewisse Scheu vor neuster Technik. Wie schaffen Sie es, diese Scheu, diese Vorsicht abzubauen? Ja, also zunächst kann natürlich jeder Teilnehmer, der gerne an der Volkshochschule an einem Kurs teilnehmen möchte, zu uns kommen, sich individuell beraten lassen. Wir bieten speziell Kleingruppenkurse an. Das heißt also, es sind vier bis fünf Teilnehmer in den Kursen. Es wird ein individuelles Lernen ist da gegeben. Außerdem gibt es Kurse mit gemäßigem Lerntempo. Da ist also der Lerntransfer auch gegeben, sodass die Teilnehmer auch auf jeden Fall zu Hause sicher die Sachen dann bedienen können. Der rege Austausch zwischen Dozenten und Teilnehmern ist natürlich ganz beliebt. Und die Dozenten stützen natürlich die Teilnehmer sehr, was das betrifft. Und es gibt auch angemessene und individuelle Kurszeiten, sodass also wirklich jeder teilnehmen kann. Also quasi ran an die Rechner. Vielen Dank, Frau Mettich, für das Gespräch. Und Sie haben gehört, liebe Zuschauer, für einen Technikkurs ist es nie zu spät. Themenwechsel, liebe Zuschauer. Bestens beraten in Sachen Herrenbekleidung sind Sie hier in Pirna in der Gartenstraße. Bei Herrenausstatter Gnaug ist bereits die aktuelle Herbst- und Winterkollektion vorrätig. Sie haben uns dort umgeschaut und für Sie die aktuellen Trends aufgespürt. Es darf mal wieder was Neues sein. Schließlich möchte sich Rolf Arnold auch in der kalten Jahreszeit gut gekleidet wissen. Seit vielen Jahren schon kommt er regelmäßig zu Eckhard Gnaug. In puncto Bekleidung ist der Herrenausstatter ein enger Vertrauter. Da kann ich mich eigentlich darauf verlassen, dass ich modisch aktuell rausgehe, dass ich eine Kleidung trage, die wirklich zu mir passt und dass ich eine Kleidung hier in Pirna in mir Bekannten treffe und sage, hoppla, wir sind ja Zwillinge, weil wir die gleichen Kleidung tragen. Eine warme Jacke darf es sein. Die Auswahl ist nicht riesig, dafür aber ausgewählt. Und worauf kommt es jetzt an? Für mich ist wichtig die Qualität und die Funktion. Die Funktion ist wichtig bei kalten Wetter. Und die Qualität ist für die Ausdauer, also dass die Jacke wenigstens fünf Jahre hält. Denn das ist immer ganz schlecht, wenn die Jacke schnell kaputt geht, dann ist das kein gutes Aushängeschild für uns. Zeitlos schick sollte die Jacke sein. Dann wird sie auch häufig getragen. Und sie sollte zu einem passen. Das Wohlfühlen spielt die entscheidende Rolle. So wie bei diesem Modell. Das Schöne an der Jacke ist ja der Materialmix. Hier haben wir eine Baumwolle und hier außen haben wir eine richtige Wolle. Schön ist noch zusätzlich, dass wir hier einen Reißverschluss haben und zumachen können. Demzufolge schön für den Winter geeignet. Es geht kein Wind durch. Was mir an der Jacke noch besonders gut gefällt, ist das Abgesetzte mit der Baumwolle hier. Das macht die ganze Sache etwas aufgelockert. Und der schöne Kragen. Das ganze Revers mit dem Kragen gefällt mir sehr gut. Eckart Gnaug muss es wissen. Seit 1988 verkauft er Herrenmode in Pirna. Er selbst ist Schneidermeister in fünfter Generation. Ein großer Vorteil für die Kunden. Denn was nicht passt, wird passend gemacht. Ich habe traurigerweise die Figur, die nie unbedingt für die Kataloge läuft. Und dann muss der Herr Gnaug das eine oder andere noch ändern. Sei es da eine Hose ein bisschen kürzen oder einen Jackenärmel kürzen. Das ist immer ganz wichtig. Und ich achte da nicht so sehr drauf, ob eben das Hemd diesen exakten Zentimeter rausschaut. Die passende Kleidung von A bis Z. Gerade beim Anzug kommt es darauf an, dass Hemd und Binder zum Gesamtbild passen. Auch bei der Materialwahl gilt es ganz genau hinzuschauen. Wichtig für die Kunden ist natürlich, dass der Stoff wenig knittert. Das bedeutet, dass etwas Chemie drin sein muss. 100% Wolle sieht zwar gut aus, ist aber im Tragen doch nicht so günstig. Mit der richtigen Beratung ist es gar nicht so schwer. Olf Arnold jedenfalls hat das für ihn passende gefunden. Jetzt kann der nächste Geschäftstermin kommen. Wohnen im Alter, liebe Zuschauer, ist ein Thema, das uns alle beschäftigt. Sei es als Angehörige oder für den eigenen Lebensabend. Eine Umfrage zufolge können sich mehr als die Hälfte aller 50- bis 80-Jährigen ein Leben im betreuten Wohnen vorstellen. Wir zeigen Ihnen ein Beispiel aus Pirna. Ursula Rodewald in ihrem Zuhause. Die 81-Jährige wohnt in einer gemütlichen Zwei-Zimmer-Wohnung direkt in Pirnas Altstadt. Bewusst entschied sie sich, vor zweieinhalb Jahren noch einmal umzuziehen. Vom Sonnenstein in das betreute Wohnen des Arbeiter-Samariter-Bundes. Ich habe keine Verwandten mehr hier und gar nicht. Und ich habe mir gedacht, da war ich für mich, wenn mal was gewesen wäre, ich hätte vielleicht in der Wohnung gelegen oder gestanden und hätte sich keiner drum gekümmert. Und für uns, ich dachte, da hat man doch ein bisschen Gesellschaft. Ursula Rodewald führt ein eigenständiges Leben. In ihrer Wohnung macht sie noch alles selbst. Das Hören fällt zunehmend schwer. Dafür ist sie für ihr Alter noch recht mobil. Ich habe viele Möglichkeiten, spazieren zu gehen. Hier an der Elbe ist schön. Oder ich laufe mal hier hoch wieder. Man ist schnell in der Stadt. Man hat hier Geschäfte, wo man durchbummeln kann. Und auch zum Einkaufen gibt es ja Möglichkeiten hier. Oder wenn andere Veranstaltungen sind. Irgendwie ist man schneller hier irgendwie. Man nimmt das mehr in Anspruch. Das betreute Wohnen auf der Langenstraße ist gefragt. Alle 44 Wohnungen sind belegt. Die meisten Bewohner leben hier allein. Aber auch Paare sind beim ASB zu Hause. Ingeburg Mache kam 2011 mit ihrer Mutter hierher. Die 65-Jährige leidet an einer Muskelkrankheit. Sie ist auf Hilfe angewiesen, schätzt die Barrierefreiheit in ihrer Wohnung. Den Umzug in das betreute Wohnen hat sie nie bereut. Die Wohnungen im betreuten Wohnen sind sehr schön ausgestattet und barrierefrei. Somit haben die Bewohner weiterhin die Möglichkeit, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und wir haben eine Mitarbeiterin hier im Haus, die täglich als Ansprechpartner da ist. Das betreute Wohnen bietet viele Möglichkeiten. Jeder kann, aber niemand muss Pflegeleistungen in Anspruch nehmen. Essensservice oder Fahrdienst, Hausnothof oder Hauswirtschaftsdienst. Alle Leistungen des ASB können die Bewohner auch im betreuten Wohnen nutzen. Und dann haben wir noch die Betreuungs- und Begleitdienste. Es kommt also jemand nach Hause und liest aus der Zeitung vor. Oder es wird gemeinsam ein Spaziergang oder ein Theaterbesuch unternommen. Und das ist gerade auch für fitte und aktive Seniorinnen und Senioren von großem Interesse. Seit Neuestem ist auch der ambulante Pflegedienst des ASB in Pirna vor Ort. Das Büro befindet sich direkt im Gebäudekomplex und ist somit auch für die Bewohner und deren Angehörige leicht zu erreichen. Ein persönlicher Ansprechpartner ist auch Ursula Rodewald wichtig. Die 81-jährige Rentnerin weiß es zu schätzen, im Alltag nicht allein zu sein. Wenn ich nicht mehr fortkente, sind ja immer Schwestern hier, die dann kommen, die man vielleicht dann sagen kann, dass mal jemand guckt und so. Das betreute Wohnen unterstützt auch die Geselligkeit. Regelmäßige Ausfahrten und Ausflüge werden organisiert. Einmal in der Woche findet ein gemeinsames Kaffeetrinken statt. Ursula Rodewald ist fast immer mit dabei. Schließlich möchte auch sie wissen, wie es den anderen Bewohnern geht. Im Haus Lange Straße 27, dem betreuten Wohnen des ASB. Zurück liebe Zuschauer in der Volkshochschule in Pirna. Bei mir ist jetzt Daniela Magirius. Sie leitet den Bereich Musik, Gestalten und Kultur. Frau Magirius, gibt es für das Alter 50 plus spezielle Angebote, die besonders beliebt sind? Ja, Malen und Zeichnen, Fotografie, aber auch Handarbeiten wie beispielsweise Klöppeln sind sehr beliebte Themen. Teilnehmer kommen aus sehr unterschiedlichen Gründen in die Kreativkurse der Volkshochschule. Zum einen möchten sie vielleicht ein altes Hobby wieder neu beleben oder etwas Neues ausprobieren. Aber vor allem möchten sie gemeinsam kreativ sein. Welche Angebote, um richtig kreativ zu sein, gibt es? Es gibt verschiedene Angebotsformen, die von der Einzelveranstaltung über Workshops an Wochenenden bis hin zu Semesterkursen reichen. Im Vormittags- und im Nachmittagsbereich gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich malerisch, musikalisch oder aber auch tänzerisch zu betätigen. Darüber hinaus möchten wir aber auch Arbeiten, die in unseren Kursen entstanden sind, nach außen präsentieren. Deshalb organisieren wir zusammen mit Teilnehmern und Kursleitern Ausstellungen. Hinweisen möchte ich auf die aktuelle Ausstellung im Klinikum Pörner. Hier werden 261 Fotografien aus den Fotoclubs bis März 2017 gezeigt. Sie merken, liebe Zuschauer, hier in der Volkshochschule wird eine Menge geboten. Wir aber möchten sie jetzt zum Tanzen animieren. Alter und Vorerfahrung spielen dabei keine Rolle. Das weiß auch Gabriele Schneider aus Pörner. Sie ist regelmäßig mit dabei beim Seniorentanzkurs auf dem Sonnenstein. Montag ist Gabriele Schneiders Lieblingstag. Schließlich kann sie dann mit Gleichaltrigen im ACEV auf dem Pirnaer Sonnenstein das Tanzbein schwingen. Seit Anfang Mai gibt es die Seniorentanzgruppe 50+. Unterrichtet werden die lebensfrohen Rentner von Antje Pfützner. Die 57-Jährige hat eine Ausbildung beim Bundesverband Seniorentanz abgeschlossen. Ihr Kurs fördert Beweglichkeit, Kondition, Koordination und Konzentration und läuft immer nach dem gleichen Prinzip ab. Wenn wir eine Stunde beginnen, haben Sie schon mitgekriegt, das ist der Begrüßungswalzer. Da tanzen wir erstmal so im Walzertakt von Tanzpartner zu Tanzpartner einmal rum. Dann gibt es einen gemeinsamen, einfachen Tanz, also als Eintanzen paarweise und noch einen dritten Tanz im Kreis. Und dann ist erstmal eine Pause und wir hören schon hier im Hintergrund, die wird gern genutzt, um sich auch mal auszutauschen. Die Tanzteilnehmer sind teilweise bekannt, aber teilweise treffen sie sich nur hier einmal in der Woche und haben immer viel zu erzählen und zu berichten. Und das soll auch so sein, das ist auch gut. Viele der anwesenden Damen sind vorher jahrelang nach Heidenau gependelt, um am Kurs von Antje Pfützner teilzunehmen. Dass die Tanzleiterin jetzt auch in Pirna unterrichtet, kommt ihnen sehr entgegen. Schließlich werden sie langsam älter und wollen trotzdem nicht auf den besonderen Tanzkurs für Senioren verzichten. Unsere Tänze unterscheiden sich vom Gesellschaftstanz oder vom klassischen Tanz darin, dass die Freude im Vordergrund steht. Jeder kann einzeln kommen, man braucht keine tänzerische Vorbildung. Er kann einzeln kommen, weil wir hier erst die Paare zusammenbilden. So wie bei vielen anderen Veranstaltungen sind auch bei der Seniorentanzgruppe hauptsächlich Frauen anwesend. Die meisten der Damen stört das zwar nicht, trotzdem ein paar männliche Teilnehmer würde sich auch Gabriele Schneider wünschen. Wünschen schon. Ich würde mir auch wünschen, dass mein eigener Mann mitkommt. Aber im Moment arbeitet er noch, wenn er dann aufhört. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn überzeugen kann. Uwe Rätsch ist so ein Unikat, der sich traut. Der 65-Jährige hat jahrelang Paartanzerfahrung gesammelt. Nun, wo er ins Rentenalter kommt und der Körper nicht mehr ganz so mitmacht, will er sich neu orientieren. Ich muss über den Winter kommen. Jetzt kommt die Winterzeit, da ist es grau und trübe. Und bevor man in Depressionen verfällt, ist mir sowas sympathischer. Ob Uwe Rätsch dem Kurs letztendlich erhalten bleibt, ist aber noch nicht sicher. Gisela Selig hingegen liebt ihren Tanzkurs und möchte ihn nicht mehr missen. Obwohl die 75-Jährige auch bei den Atze-Lerchen singt und sich als Vorlese-Oma in einer Kita engagiert, steht für sie fest, dass ihr Leben ohne das Tanzen weniger vielfältig wäre. Das macht großen Spaß und es ist auch Geselligkeit und man muss eigentlich auch sich anstrengen, also geistig. Man wird gefordert, dass man alles behält und es macht aber letzten Endes mit der Musik zusammen. Das ergibt eine Harmonie und das ist sehr schön. Antje Pfützner freut sich über das positive Feedback ihrer Gruppe. Die Damen sind der Tanzleiterin ans Herz gewachsen. Damit sich jede der Frauen rundum wohl fühlt, gestaltet sie die Kurse schön bunt. Wir haben von Walzer, wir haben auch mal ein Tango oder ein Blues, aber wir haben auch viele Folklore-Tänze aus der ganzen Welt sozusagen, auch Musiken aus der ganzen Welt. Wir haben auch teilweise so Musiken von früher, alte Schlager oder noch weiter zurück, so ein bisschen höfisch anmutend. Dann haben wir auch Square-Tänze. Wir haben für jede Anzahl der Tänze haben wir Transformationen. Wir haben Sechser-Tänze, Fünfer-Tänze, Vierer-Tänze, Dreier-Tänze, Siebener-Tänze, so dass ich also immer ausweichen kann, je nachdem wie viele Teilnehmer da sind. Auch wenn der Kurs gut gefüllt ist, neue Tanzbegeisterte sind gern gesehen und können jeden Montag zwischen 15.50 Uhr und 16.20 Uhr teilnehmen. Das, liebe Zuschauer, war unser Seniorenmagazin Mitten im Leben. Zwei Empfehlungen habe ich noch für Sie. Zum einen das Programm der Volkshochschule hier in Pirna und zum anderen der Tipp auf unsere nächste Sendung. Mitten im Leben heißt es wieder in der Woche ab dem 28. November. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Schalten Sie wieder ein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017